Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke Zockt, heute mit einem weiteren Radsport-Video. Und zwar sind wir am 8.8. Die Transferphase ist quasi eröffnet. Eine Woche lang wurden jetzt die neuesten Transfers im Radsport verkündet für die kommende Saison. Und die will ich mir jetzt heute mit euch einmal gemeinsam anschauen. Ich habe ja vor kurzem schon mal Videos gemacht zu den Transfergerüchten. Einige Wechsel haben sich auch so, wie ich das quasi mithilfe von Medienseiten berichtet habe, haben sich so bestätigt. Aber es gibt hier und da doch auch ein, zwei, zumindest für mich persönlich, Überraschungen, die dann doch ein bisschen anders gelaufen sind. Und ja, einige werden wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen und Wochen noch folgen. Wir fangen mal von unten an. Am 1.8. direkt ein paar Wechsel bestätigt worden. Ja, Ben O'Connor verlässt. Decathlon Arje Dueser geht zu Jaco Alula, weil Simon Yates, hier markiere ich es einmal kurz, dieses Team wiederum in Richtung Wismar-Lisebeik verlässt. O'Connor ist ein solider Punkte-Scorer, würde ich sagen. Und ja, quasi ein 1-zu-1-Ersatz für Simon Yates. Ich muss sagen, Simon Yates zu Wismar wurde ja auch berichtet. Die Gerüchte kursierten schon länger. Kann ich mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen. Also Yates ja auch durchaus ein super Fahrer. Keine Frage, hat bereits auch eine Grand Tour gewonnen. Ich glaube, aus dem wird kein Tour de France-Sieger mehr. Das wird er sicherlich selber auch nicht denken. Ich muss sagen, inzwischen finde ich seinen Bruder Adam stärker und auch konstanter. Für mich Adam Yates so einer der besten, ja, tollpuren, Berg-Edelhelfer ist immer schwierig zu sagen. Hätte man sonst zu Sepp Kusk auch gesagt. Inzwischen hat er selber mal die Huelta gewonnen. Aber ich sag mal, bei UAE zusammen mit Raphael Maiker finde ich Adam Yates so auf einem Niveau wie Kuss die besten Berghelfer. Benjamin Yates hat natürlich auch, ja, Zwilling, haha, sehr ähnliche Veranlagung zu Adam. Sehe ich aber irgendwie bislang gar nicht als Helfer, weil man es auch nicht gewohnt ist. Also der wird ja nie im Leben an Wingega vorbeikommen bei Wismar. Vielleicht auch mal als Kapitän bei anderen Rundfahrten dann eingesetzt werden. Ich weiß es nicht, aber im Hintern wahrscheinlich eher Helfer. Klar, er geht zu einem der Top-Teams. Aber irgendwie, weiß ich nicht, bin ich persönlich noch nicht so von überzeugt, dass der jetzt für Wismar so eine Hilfe ist. Muss ich ehrlich sagen. Aber wir werden sehen. Was ich bedauerlich finde und überraschend ist, Nawalys weg von Ineos zu UAE. Nawalys, finde ich, hat sich in diesem Jahr sehr stark gezeigt. Auch so, ja, im Bereich von punchigen Klassikern. Kann aber auch Kopfsteinpflaster. Und bei Ineos wäre er für mich eindeutig Kapitän, so zusammen mit Pitcock auf so einem Terrain. Da ist jetzt halt die Frage, zu UAE zu gehen. Klar, das wird sicher gut bezahlt werden. Aber ich denke, auch bei Ineos hätte er einen ordentlich dotierten Vertrag bekommen. Bei UAE kommt keiner an Pogacar vorbei. Wenn Pogacar die Adenen als Kapitän fahren will, kann er das machen. Dann muss sich Nawalys hinter ihm anstellen. Aber Ineos ist natürlich so ein sinkendes Schiff. Nicht mehr so stark wie vor einigen Jahren. Und naja, UAE ist das Top-Team. Also, wenn ich zum besten Team der Welt will und keine Konkurrenz schreue, dann ist der Wechsel vielleicht doch verständlich. Was hat sich ansonsten so getan? Vor allem bei Kofidis. Kofidis holt den Töns. Ja, Töns-Abstecher zu Israel. Absoluter Flop in meinen Augen. Der ist sogar noch mal im Jahr, wo war es, vor zwei Jahren, glaube ich, oder so, zu Israel gewechselt. Hat da aber auch nicht so besonders viel gerissen. Ich glaube, zuletzt mal bei Amstel oder Flash. Überraschenderweise, finde ich, gewonnen 2022, wenn ich mich recht entsinne. Aber danach irgendwie auch so eher in einer Versenkung verschwunden. Singlet von Kofidis zu Wismar. Recht ähnlich wie damals Christoph Laporte. Auch von Kofidis, ein Franzose, vom Fahrertyp, sehr ähnlich. Laporte, würde ich sagen, bei Wismar sehr gut eingeschlagen. Ähnliches kann ich mir auch bei Axel Singlet vorstellen. Guillaume Martin, wie erwartet, auch mal mit einem Tapetenwechsel von Kofidis zu einem anderen französischen Team. So, Parma, FTG. Ja, mal gucken, ob er da noch mal irgendwie was reißen kann. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch der große Leistungssprung kommt. Aber wir werden sehen. Florian Vermersch, mal Zweiter bei Paris-Roubaix, soll das UAE-Kopfsteinpflaster-Team verstärken, welches die ja nicht so mega haben. Also noch ein starker Mann an der Seite von Nils Polet, wenn man so will. Wir haben hier auch Transfers bei den Damen. Ebenfalls Kofidis, Jossi Talbot, geht zu Liv, Alula, Jayco. Ja, kein Wunder, auch als Australierin. Dazu Silvan Monique verlässt ebenfalls Lotto-Destiny. Da soll ja auch, glaube ich, ein bisschen eingespart werden. Destiny ist als Sponsor auch in Zukunft raus. Wurde jetzt vermeldet. Mal gucken, was das sonst noch für Transfer-Auswirkungen hat. Also Kofidis holt sich hier auch ein paar Leute zurück mit Monique und Ferran. Bora hat den nächsten Abgang zu vermelden. Und zwar Bob Jungels wechselt zu Ineos Grenadiers. Bob Jungels für mich ein starker Helfer. Ach, auch Lüttich-Bastogne Lüttich-Sieger. Früherer Tage auch mal in der Gesamtwertung in Top-Tens gewesen bei Ground Tours. Die Tage sind natürlich lange vorbei, aber ich finde eigentlich immer noch ein sehr starker Allrounder, den ich persönlich gerne immer im Team hätte. Keine Ahnung, woran es jetzt liegt, dass es da zum Wechsel kommt. Ja, gute Verstärkung für Ineos. Aber Peak-technisch natürlich auch kein Fahrer, der jetzt irgendwie Bäume ausreißen kann. Von daher, ja, das Team Ineos an sich von Helfern finde ich nach wie vor auch stark. Der passt da jetzt gut rein. Bedauerlich für Red Bull Bora Hansgrohe. Aber der wird jetzt auch nicht den nächsten Toursieg für Ineos einfahren. Wie ich schon zuvor berichtet hatte, Giulio Pellissari wechselt von Badiani zu Red Bull Bora Hansgrohe. Das italienische Top-Klettertalent, das war zu erwarten. Dann, ja, Langlotti von Burgos zu Ineos. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was Ineos mit dem will. Sorry, aber der füllt dann eben entsprechend den Kader auf, würde ich mal sagen. Lenny Martinez, den wollten sie alle haben. Hochgehandeltes Talent, der geht jetzt zu Bahrain. Auch einer der Vereine, wo er im Gespräch war. José von Decathlon zu Cofidis. Auch hier französischer Wechsel von der einen zur anderen Mannschaft. Auch ein, ja, brauchbarer KSP-Fahrer. Martinez, mal gucken. Bad Rhein könnte mal wieder ein Hoffnungsschimmer gebrauchen. Martinez dieses Jahr jetzt nicht so stark gewesen, aber ist natürlich immer noch sehr jung. Starker Bergfahrer aus Großbritannien. Simon Carr wechselt von EF zu Cofidis. Das finde ich für Cofidis-Verhältnisse ein ganz guter Transfer. Dann haben wir wahrscheinlich aktuell, zumindest von den Franzers, die vermeldet wurden, im Damenradsport Juliette Labous. Und der größte Name, der bislang gewechselt wurde, oder gewechselt ist, von DSM zu FDG. FDG Suez, ja, ist natürlich eigentlich auch klar, so als Französin. Und wie könnte da jetzt aus meiner Sicht das neue Aushängeschild für die nächsten zig Jahre werden? Interessant ist dann, ob das irgendwelche Auswirkungen haben wird auf Demi Wollering, die ja auf dem Transfermarkt noch verfügbar ist und auch mal mit FDG in Verbindung gebracht würde. Juliette Labous durchaus auch so eine, ja, würde ich sagen, Top 5-Contenderin für eine Grand Tour. Wohl Kugel und Kuhn Baumann wechseln zu Jayco Alula. Die füllen da ihr Team auch noch weiter auf. Kuhn Baumann hat ja auch schon mal beim Giro das Bergtrikot gewonnen, wird aber, denke ich, auch bei Jayco Alula erstmal nur ein Berghelfer bleiben. Aber kriegt er vielleicht natürlich auch mehr Chancen als bei Wismar, weil da die Konkurrenz deutlich größer ist. Ja, das ist mal so der erste Überblick über die bereits vermeldeten Wechsel im Radsport. Schauen, was sich da in den nächsten Tagen noch tun wird. Ihr werdet es hier auf meinem Kanal dann wieder erfahren. Deshalb schaltet doch auch gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Mr. Luke zockt. Bis dahin, macht's gut. Ciao.